iPhone 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 Unser Kunde wartet die vier Wochen sehr bald Bremsen Mich muss ein bisschen auf den Tub drücken Gut, machen wir Uuuuh Ich wäre ganz zu spät, mein Guter! Ich habe ein Wildschwein auf die Straße und dann hat es festgelegt Mein Sonnenbrill Da Da Wo? Da 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 Ey! Hol mir mein Fischer-Aquarium! Eins Eins Sechsundundzig Gekapelt Durchkapelt Geil Alles nicht so einfach Gell, Tom? Ja Oh Haben wir eigentlich schon mal Englisches? Oh, ich schalte dich in! Oh ne! Nein, Schritt! Raus! Raus! Trink! Fängt ja nicht zu! Trink jetzt! Wir sehen doch! Sind wir blind! Aus der Jugend wird schon noch! Soll immer so weitergehen! Alter Junge! Mit Spauauspuff! Der was? Der innovative Hosen-Scheißer! Robert! Kameras! Robert! Ich glaube, an dieser Stelle kann man bereits von Berlin sprechen. Ja, das machen wir jetzt mittlerweile um die 11 Uhr. Oh! Oder so! Was? Oh, ich hab noch nicht gewiss! Ja! Ja! Komm noch! Oh! Oh! Großer Dendro! Großer Dendro! Oh! 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 Und hier liegt das einfach auf Boden rum! Boden rum! Boden rum! Auf... Auf... Boden! Auf... Boden rum! Boden rum! So bun, wie das hier ist! Oh! satz dich jetzt! Guck mal wies aussieht... Maaah! Oh, nicht! Haaah! Hahaha their role! Hüpff! Hüphe! Oh! auf einmal eher so jetzt schau dir das doch noch mal ich sag mal los noch eins sag mal los noch eins und zwei und drei und fünf der pennt ja Luca warum pennst du schon du Penner du Penner du Penner Richard Penner du Penner habbi 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 er depacakt hat nen 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 das kam aus New York ich kanns nicht glaube Hoppitz Hoppitz Portreportportportroll du Fotze Kaiu ich sp neo sch становiere und zauberasschяг�ént mlmmmmmmim then sich deröl Lake Action ey guck mal die Rinde Christian da ist Moosdran Dürft ihr mit deinem Namen TV Hallo und herzlich willkommen bei TV Heute Heute Eben zusammen in die Uhr und bauen uns einen dicken Big Mac mit langen Schicken Automaten und ein Hamburger Restaurantbesuch Heute essen wir Chips und schmeißen so viel Käse in die Sandwichfäger Bescheid So Leute Der Käse ist im Sandwichfäger drinne und jetzt zeigen wir die Sandwichfäger So Leute es waffelt alles und jetzt hoch bliebli und gleich flieht ja alles in die Luft Hallo und herzlich willkommen bei TV Heute gucken wir mal ein bisschen nach dem Rechte in mein Wohn Tor ich ein Tor 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 Einzauberte